Hallo! Hier sind Fekräuterweiß und Zwergmase. Hallo! Ja, wir spielen heute unsere letzte Vorstellung und sitzen jetzt noch in der Maske, haben uns schon herausgeputzt wieder. Ich habe mein Krönchen aufgesetzt für die letzte Vorstellung, möchte ich gerne noch mal mit Krone spielen. Ich gehe jetzt noch mal auf die Bühne und kontrolliere, ob alle Requisiten da sind, dass alles auch funktioniert. Und ja, dann sind es 73 Vorstellungen, die wir für euch gespielt haben. Es hat uns viel Spaß gemacht und wir haben uns sehr gefreut, dass ihr auch dabei wart. Ja, und wir hoffen, euch hat es auch Spaß gemacht. Und vielleicht bis ein nächstes Mal in einem anderen Stück. Macht's gut! Tschüss!